Hallo und willkommen im Backstage-Studio. Wir wollen uns heute mal beschäftigen mit der Frage, welche Wirkung Digitalisierung hat auf Konsumentenprozesse, also auf dem Weg vom Konsumenten bis hin zu seinem Warenkorb und vielleicht auch danach. Wir wissen, dass Digitalisierung ja viele Facetten hat, vom Gaming über Unterhaltung im Sinne von Video oder TV bis hin zu Vereinfachungsprozessen über Apps. Dazu habe ich eine Expertin hier im Studio, die Katharina Aguilar, mit der wir uns da sehr intensiv drüber unterhalten wollen. Hallo Katharina. Hallo Jens. Vielleicht stellst du dich einfach mal selbst kurz vor. Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Unternehmerin, ich habe zwei Firmen und nebenher bin ich noch Speakerin und Moderatorin. Und alles, was ich tue, dreht sich, wenn man es vereinfacht sagen möchte, um die Verschmelzung analoger und digitaler Welt. Und ich arbeite mit Unternehmen jeder Größe und jeder Fasson immer im B2B-Bereich zusammen, um zu beantworten, wie verändert sich das Verhalten eurer Kunden und Konsumenten und wie können wir euch helfen, oft eure Räumlichkeiten, also einen Shop, eine Mall oder gar ein Museum, aber auch die Prozesse der Customer Journey innovativ gestalten. Ich finde das ein höchst spannendes Thema. Ich fange mal mit etwas an, was ein bisschen leichtgängiger ist. Ich habe noch ein sehr absurdes Beispiel oder auf den ersten Blick jedenfalls absurdes Beispiel noch für später im Köcher. Aber ich habe jetzt gerade einen Vortrag von dir gehört und da sprachst du von etwas, was mich sehr fasziniert hat, nämlich von der, was war es, Multiple Personality? Liquid. Liquid Personality, ja. Kannst du das mal erklären? Ich finde es ein faszinierendes Konzept. Sehr gerne. Also ganz typisch beschäftigen sich ja Leute, die was an Konsumenten bringen wollen mit der Frage nach der Zielgruppe. Und wir kennen ja so die klassischen Sinus-Milieus, die konservative Mitte und der avantgardistische Digital Native und wie sie alle heißen. Und neue Konzepte, die jetzt auch inzwischen jeder kennt, sagen Gen X, Y, Z, Millennials, Baby Boomers. Und das Thema ist, dass wir dabei immer Menschen in Schubladen stecken, die ihnen am Ende ganz und gar nicht gerecht werden. Und das Neue, dieses Thema der Liquid Personality, das habe ich nicht erfunden. Ich habe es irgendwo mal gelesen und es hat mich sehr angesprochen. Und seitdem verwende ich es, besagt, dass wir in uns ständig unsere Präferenzen auch verändern. Und mal gerne jetzt, um im Thema Urlaub zu sprechen, einen Campingurlaub im Zelt machen. Und eine Woche später aber auch wirklich gerne in einem Fünf-Sterne-Resort einchecken. Und wenn du das in einem Sinus-Milieu betrachtet hättest, wärst du in zwei komplett unterschiedlichen Zielgruppen gelandet, die überhaupt nicht miteinander funktionieren. Die Realität ist aber, dass ich ständig in Bewegung bin und dynamisch meine Präferenzen verändere. Das heißt, im Marketing oder in der Werbung müsste man tatsächlich komplett anders denken. Ich will nicht sagen neu denken, aber anders denken im Sinne von, ich orientiere mich nicht auf eine bestimmte Typologie, auf Stereotypen, sondern ich fokussiere mehr auf Situationen. Ja. Und in diesen Situationen wäre dann natürlich die logische Frage, habe ich dann als Werber, als Marketer, als Kommunikationsmensch die Chance, neue Impulse zu setzen? Wenn ja, wie kann das aussehen? Ja, das ist ein hochkomplexes Thema. Und eine Firma, die das schon ganz wahnsinnig toll macht, die das aber so unmerklich gemacht hat, dass uns gar nicht klar ist, wie intelligent deren Technologie ist, ist zum Beispiel Spotify. Spotify kennt 1a unseren Musikgeschmack. Und zwar, weil wir so viel mit Spotify schon interagiert haben, an unterschiedlichen Tageszeiten, in unterschiedlichen Stimmungen, zu unterschiedlichen Jahreszeiten, dass wir immer wieder unsere Präferenzen abgeben, indem wir Musik suchen, speichern, teilen. Und Spotify hat über Jahre hinweg gelernt, was wir lieben und wann wir es lieben und schlägt es uns immer besser und immer zielgenauer vor. Und das sehr erfolgreich, ohne dass wir es merken. Und das ist so ein Beispiel, was sich in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen in Zukunft wiederfinden wird, weil es technisch immer besser und einfacher möglich ist. Und diese Profilierung einer einzelnen Person stattfindet, im Vergleich dazu, dass die Profilierung in einer sehr, sehr großen Zielgruppe, die dir am Ende gar nicht gerecht wird, stattfindet. Ich glaube, da haben sich sehr viele Felder aufgemacht, die auf den ersten Blick sich zumindest nicht anbieten. Also ich habe neulich, war ich in einem Vortrag, das ist neulich so lange her, da wurde zum Beispiel gesagt, dass mittlerweile 80 Prozent der Smartphone, Tablet, PC-Nutzer auch spielen. Das fand ich eine unglaublich hohe Zahl, aber das ist diese Second-Screen-Geschichte wahrscheinlich, die Abends auf dem Sofa. Ja, das finde ich persönlich ein bisschen bedenklich, weil ich der Meinung bin, dass es uns immer mehr dazu bringt, dass wir uns gar nicht auf eine Sache konzentrieren können und eine Sache gar nicht spannend genug für uns ist. Diese Kleinteiligkeit auch, ich kann kein Video mehr von 30 Minuten angucken, es muss eine Minute kurz sein und knackig. Aber ja, am Ende des Tages geben wir ständig diesem Gerät Input über uns. Und wenn das spielerisch passiert, dann macht es uns auch noch Spaß. Dann lass mich das ja mal umdrehen. Ich meine, wenn das etwas ist, das dich ablenken kann, dann müsste es doch im Rückschluss eigentlich auch etwas sein, was dich fesseln kann. Ja, das ist auch so. Also ich sage auch immer, wenn jetzt Leute neue Produkte entwickeln, egal ob es eine App ist oder auch ein haptisches Produkt, sollten sie sich in Zukunft nicht mehr fragen, hat es einen Nutzen, sondern macht es Spaß, das zu benutzen. Denn wir Menschen sind am Ende des Tages sehr simpel. Wir wollen so viel wie möglich Freude in unserem Leben haben. Das ist eine neue Herangehensweise auch, solche Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Das heißt, in der Zukunftsperspektive, die du zeichnest, spielen Erlebnisse, emotionale Erlebnisse, eine größere Rolle als das Unterfüttern mit Fakten? Ja, da bin ich persönlich fest von überzeugt. Und 1998 haben das auch schon zwei Autoren in einem sehr tollen Buch, die Experience Economy dargelegt und haben am Beispiel von Disney und Vergnügungsparks und Kinos gezeigt, was es eigentlich mit Menschen macht, Erlebnisse zu haben und wie viel und wie groß die Zahlungsbereitschaft dafür ist. Und damals hat das noch sehr in einer elitären Bubble stattgefunden und heute erstreckt sich das fast auf all unsere Lebensbereiche bis dahin, dass wir jetzt zum Beispiel in unserem Produkt haben wir im Onboarding-Prozess unserer Kunden so einen Qualifizierungsprozess, wo gefragt wird, warum brauchst du das? Was sind deine Probleme? Und wir haben das total spielerisch und lustig gestaltet und sehen einfach, dass es so viel besser angenommen wird. Also auch im Business dürfen Dinge Spaß machen. Und das ist diese Experience Economy, in die wir hochgradig schnell hineinsteuern, wo Anbieter, die langweiliges Zeug machen, in Zukunft wirklich keinen so großen Markt mehr vorfinden werden. Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Auf der einen Seite finde ich es faszinierend, dass du offensichtlich immer mehr unterschiedliche Reize ausspielen kannst. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das bei dir irgendwo gehört habe oder ob ich es mal gelesen habe, dass Ausstellungskonzepte mittlerweile dazu übergehen oder versuchen, die Stimmung deines Gegenübers aufzunehmen, um dann entsprechend etwas anderes zu zeigen. Ja. Das ist aber schon ganz schön Science Fiction, oder? Das ist technisch gar nicht mal so Science Fiction. Am Ende kriegst du alles, was technisch irgendwie machbar ist, mit viel Geld hingestellt. Also das ist gar nicht mal so das große Thema. Aber was wir eben sehen, ist das Menschen. Also was du gerade ansprichst, ist ja, dass ich den Menschen hyperpersonalisiert beispielsweise durch eine Ausstellung oder ein Museum führe. Im Zweifel, wenn ich ein digitales Device entwickle, das dir Exponate erklärt und das Multimedial, so was mache ich ja unter anderem auch, dann machen wir das heute noch sehr, sagen wir mal, auch wieder in Silos. Also bist du ein Kind oder bist du erwachsen? Welche Sprache sprichst du? Aber dennoch ist am Ende der Inhalt für alle ähnlich. Wo aber die Reise hingeht und wo auch wir unsere Produkte hin entwickeln, ist, dass möglicherweise deine Reise durch ein Museum genau einmal so und für dich als Jens funktioniert. So ein bisschen wie der Spotify-Moment. Deine Spotify-Playlist gibt es genau einmal so. Und dadurch, dass du vielleicht schon durch zehn andere Museen gegangen bist und deine Präferenzen abgegeben hast, wird dir eine hyperpersonalisierte Journey geliefert. Und Menschen erwarten das zunehmend, weil sie das aus anderen Medien inzwischen kennen. Das heißt aber, und das ist vielleicht auch eines der bedenklichen Dinge dabei, die dann auch die technische Umsetzbarkeit einschränken, dass wir wahnsinnig viel über dich an Wissen sammeln müssen, das du auch bereitwillig natürlich rausgeben musst. Und zwar so, dass dieses Wissen auch gespeichert und wieder zur Analyse herangezogen wird. Genau. Okay, dann sind wir dann in solchen Themen wie DSGVO und notwendiger Schutz. Ja, wobei das sehr gut ausgehebelt werden kann. Oder, das klingt so negativ, das kann sehr gut wasserdicht abgebildet werden, indem wir sehr lange zum Beispiel deinen Namen nicht abfragen, solange wir es nicht müssen oder du ihn uns bereitwillig gibst. Und das heißt, du bist für uns nur eine Nummer, die zwar sehr, sehr genau ein Profil hat, aber wir wissen nie, dass das genau du bist. Oder, dass wir dich ganz explizit fragen, ist das in Ordnung für dich und wir nutzen das für das, das und das. Das ist nichts anderes, als was Facebook, Instagram und alle, die unsere Daten bereitwillig für solche Dinge nutzen, auch tun. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit jemandem gesprochen, der sich mit Interaktionsmodulen beschäftigt. Und der sagte mir, der Name interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessieren Reaktionen. Genau. Und eine möglichst große, vielschichtige Anzahl von Daten, die aber nicht personenbezogen sind. Genau das, ja. Der Name dahinter ist am Ende, wenn du nicht wirklich ein Targeting dann auf diese Person machen willst und ihr dann eine E-Mail mit einer konkreten Verkaufsidee unterbreiten willst, sehr lange egal. Das zweite große Thema, also wir hatten jetzt eine ganze Weile, da haben wir nur über Gaming gesprochen. Da ging es dann immer um solche Faktoren wie Roblox und welche Möglichkeiten das bietet. Angefangen von Fünfjährigen, die ihr Lego-Spiel da verkaufen. Nein, Fünfjährige, glaube ich, war es nicht. Aber die da ihre Lego-Spiele verkaufen. Ja. Oder das andere Beispiel Fortnite, was dann als Plattform für Plattenvorstellungen beispielsweise funktioniert. Dazu gibt es zwei Stränge in der Überlegung, die ich gerne mal abtasten würde. Der eine ist, das zunehmende Konzentrieren auf digitale Medien, führt das nicht auch automatisch zu einer bestimmten, sagen wir mal, emotionalen Abstimpfung oder Vereinsamung im schlimmsten Fall? Das ist ja nachweislich so. Also es gibt nicht umsonst inzwischen Autoren und Autorinnen, die sich sehr, sehr intensiv mit der neuen Einsamkeit unserer Gesellschaft beschäftigen und das sehr, sehr deutlich machen, welchen Einfluss das hat, dass wir alles so zu Füßen gelegt kriegen, digital, dass wir gar nicht mehr raus müssen und so in unserer Komfortzone bleiben. Umgekehrt bietet es natürlich auch viele Chancen. Also die Einführung von Social Media hat schon zu wahnsinnig vielen Familienzusammenführungen geführt, hat dazu geführt, dass Menschen über lange Zeit in Kontakt bleiben, obwohl sie Kontinente voneinander entfernt leben. Und ich glaube, am Ende des Tages wie alles geht es um den persönlichen Umgang damit und genau darum, die guten Seiten dieser Entwicklungen für sich zu nutzen und sich aber auch bewusst über den negativen Impact zu sein und da dann auch nachzusteuern. Und das ist eine sehr, sehr große Aufgabe, wo wir in die Verantwortung gehen müssen als Menschen. Lass mich einmal nachhaken, weil du sagst, ihr seid ja Softwareentwickler. Ja. Das heißt, du musst dich ja mit dem Gedanken professionell beschäftigen und möglicherweise auch Konzepte entwickeln, wie du eben bestimmte Risiken dabei ausschließt. Wie stelle ich mir sowas vor? Also ich sage mal, unser großer Vorteil ist, dass unsere Software explizit dazu ausgelegt ist, dass Menschen, wir sind das Metaverse Reverse, also dass Menschen nicht zu Hause in zehn Jahren mit einer VR-Brille sitzen und alles dort erleben und total verkümmern, sondern dass wir ihnen mit digitaler Hilfe die Rampe legen, in die Realität zu gehen und dort neue Dinge zu erkunden. Und deshalb bin ich jetzt mal so frech zu behaupten, dass unsere Idee in sich schon der Gegenentwurf ist zu vielen anderen Dingen und gleichzeitig ein großes Problem löst, nämlich dass die analoge Welt sehr langweilig wird im Vergleich zur digitalen Welt. Und wir wollen genau diese Brücke bauen zwischen beiden Welten. Und da uns die reale Welt so wichtig ist, dass wir eigentlich ihr nur helfen wollen, denken wir mit jedem Feature, das wir entwickeln, darüber nach, wie passiert die ideale Verknüpfung, sodass in dem Moment, wo es dann aber auch was in der echten Welt zu erleben gibt, ich da bin und präsent bin und das erleben kann. Das führt mich zu dem anderen Strang. Der andere Strang ist ja ein Verändern der Gewohnheiten. Das heißt, wenn ich, ob das jetzt ein virtuelles Spiel ist mit Brille oder ob das ein anderes Spiel ist, immer mehr angefüttert werde, beispielsweise in den Spielsituationen in Fortnite, dass einfach ein Produkt plötzlich eine Rolle spielt oder ich an einem Gebäude unterwegs bin, das eine bestimmte Reklame trägt, dass die eine Seite dann Impulse zusetzen. Was hat das für eine Konsequenz für das allgemeine Erwartungslevel? Also was glaubst du, wie künftig so eine Konsumentenreise, Customer Journey aussehen muss, damit ich die Leute, die aus diesem Umfeld kommen, auch abholen kann? Die Erwartungen sind übrigens nicht nur gestiegen bei den Leuten, die gamen und jeden Tag wahnsinnig tolle Erlebnisse in ihren Gaming-Welten haben, wo dann plötzlich eine ähnliche Erwartung gestellt wird, wenn ich in der echten, langweiligen Welt unterwegs bin, sondern bei allen, weil wir ständig sehr, sehr verwöhnt werden mit diesen Experience-Ansätzen, die viele Marken und viele Hersteller jetzt erkannt haben und nutzen. Und die Konsequenz ist erstens, dass langweilige Dinge einfach nicht mehr funktionieren und zweitens, dass Leute und Hersteller immer kreativer werden müssen, neue Möglichkeiten zu bieten und ein Battle jetzt auch entstanden ist zwischen Anbietern, die die verrücktesten Dinge sich überlegen, um in Kontakt zu treten mit ihren Konsumenten. Und was diese Journey betrifft, bin ich überzeugt, dass das immer kanalverwobener funktioniert. Also wir halten uns eben sowohl in der realen Welt auf, als auch, dass wir sehr viel auf Social Media, auf unterschiedlichen sozialen Medien unterwegs sind, als auch, dass wir im klassischen Internet unterwegs sind. Und es wird immer mehr in diese Richtung gehen, dass diese Journey eines Menschen sehr punktuell ihn dort abgreift, wo er sich gerade aufhält und wofür er in diesem Moment auch offen ist. Und dass Anbieter in ihrer Market Intelligence dort sehr, sehr schlau werden und genau wissen, um 18 Uhr ist Jens offen dafür, Vorschläge für eine neue Grillzange zu kriegen. Woher weißt du das? Egal, wo er in dem Moment da gerade steht, ob er im Baumarkt vielleicht sogar vorm Regal steht oder im Supermarkt, oder ob er vorm Fernseher sitzt, oder ob er vielleicht sogar beim Laufen ist und irgendwie einen Podcast hört, aber da eingespielt wird, Jens, du bräuchtest noch eine Grillzange, weil morgen willst du grillen. Also wir werden erleben, wie sich diese Dinge immer weiter in unser Leben reinzecken. Auch da, es hat für mich immer, das sind immer so zwei Seiten. Auf der einen Seite finde ich es total faszinierend, dass du einen eigentlich werblichen Vorgang zu etwas umgestalten kannst, was tatsächlich Erlebnischarakter bekommt. Aber die Frage, die sich daraus natürlich ergibt, ist, wird das nicht in einer Weise inflationär, dass man sich immer mehr überbieten muss beim Kreieren solcher Ereignisse oder Erlebnisse dann? Wie das immer so ist, wird das vielleicht irgendwann diesen spannenden Tipping Point erreichen. Aber heute sind wir noch in einer Welt, wo das ja sichtbar gut funktioniert und dieser Bogen noch nicht überspannt ist, wo wir wirklich überwältigt werden von diesen vielen Möglichkeiten und Angeboten. Wir leben heute in einer Welt, wo auch Werbung sehr stark nach diesem Push-Prinzip funktioniert. Also du bist irgendwo und jemand denkt, du könntest was brauchen oder fünf Anbieter denken das und du wirst überwältigt von Dingen und machst dann am Ende gar nichts. Ich glaube, es wird immer mehr in so eine Kombinatorik aus einem sehr, sehr ausgewogenen Spiel, aus Push und Pull. Also das sind wir jetzt auch schon in Ansätzen. Wir suchen was und drei Wochen später wird es uns doch noch mal vorgeschlagen und es wird viel schneller und kleinteiliger gehen. Und wie gesagt, es wird einfach diesen Tipping Point geben, wo es irgendwann so viel geworden ist, dass die Menschen dessen überdrüssig sind, es dann wieder weniger wird, weil es einfach nicht mehr funktionieren wird. Und dann wird es sich auf einem gewissen Level einpendeln oder wir werden komplett neue Dinge sehen, von denen wir heute noch gar keine Vorstellung haben. Neu ist ein gutes Stichwort, weil ich kann natürlich nicht mit einer Expertin für digitale Experience reden, ohne auf das Thema KI zu kommen. Das geht natürlich gar nicht. Und natürlich wäre meine erste Frage, wenn du jetzt damit konfrontiert bist, welche Möglichkeiten das für dich möglicherweise und für dein Unternehmen möglicherweise hat, was sind so dann die logischen ersten Punkte, wo du sagst, okay, darauf greife ich zu? Ja. Und dann in der Fortsetzung, was würdest du auf jeden Fall lassen? Also was ich, was wir heute schon tun, ist dadurch, dass unsere Dienstleistung, unsere Software sehr, sehr abhängig ist von Kreativität und auch gutem Inhalt, dass wir viel mit generativer KI, also Generative AI arbeiten und da gar nichts Eigenes entwickeln oder nutzen, sondern eben ganz viel Anbieter kennenlernen und für uns wirklich oder begeistert werden, sei es die Herstellung von Tonspuren aus Texten in verschiedensten Sprachen, in verschiedentlich auswählbaren Stimmen, wo man früher für ins Tonstudio gehen musste, über die Erstellung von kreativen Bildern, wo man aus einem Text ein Bild macht oder gar ein Video, ein 3D-Modell, das sich dreht, Grundrisse. Also alles, was früher wahnsinnig lange gebraucht hat und wahnsinnig viel menschliche Kapazität gebraucht hat in so Content-Leistungen, da ist der Mehrwert so sofort für uns sichtbar und auch für unsere Kunden, dass das so das Erste ist, was wir tun. Und das Nächste, was wir jetzt anfangen, ist natürlich auch eigene KI zu entwickeln und in unseren Produkten genau die Spotify-Frage zu stellen, wie kann ich Menschen selbstlernend immer besser kennenlernen und profilieren und ihnen zu ihrem Vorteil immer individualisiertere und relevantere Inhalte ausspielen quasi am Frontend dann. Das ist so das, was ich für sehr, sehr relevant und interessant halte und was wir eben auch heute schon nutzen und tun. Die Gefahren von KI ist natürlich alles rund um Fakes und Echtheit von natürlich dann auch Informationen, weil in dem Moment, wo ich eine KI nicht nutze, um was Neues zu erstellen, sondern um vorhandenes Wissen zu filtern, ist heute noch bekanntermaßen eine sehr, sehr hohe Fehler. Wahrscheinlichkeit da, die immer weniger wird, aber die einfach heute faktisch da ist. Und das ist natürlich was, wo man zumindest mal vorsichtig sein muss. Und wenn man jetzt in Utopien sprechen will und weiß, in welchen Industrien überall, nämlich in allen, gerade an KI gearbeitet wird und verstanden hat, dass KI natürlich irgendwann mal das Ziel hat, menschliches Verhalten bestmöglich zu imitieren oder zu übertreffen und Entscheidungen zu treffen, wie beim autonomen Fahren, dann kann man auch Angst kriegen, weil man Technologie ja sehr, sehr viel Verantwortung abgibt. Und damit muss man sich dann differenziert auseinandersetzen. Ich überrasche dich mal mit etwas, worüber wir auch in keinem Vorgespräch gesprochen haben. Also, du kennst uns ja jetzt ein bisschen. Würde dir spontan eine Anwendung innerhalb unserer Customer Journey einfallen, wo KI-Prozesse zumindest mal ausgetestet werden könnten? Ja, auf jeden Fall bei der Erstellung von Ansprachen und Texten. Also, ich hatte ja auch in dem Vortrag, den du gehört hast, das Beispiel genannt, die Erstellung, angefangen bei einer Persona mit jetzt beispielsweise Chat-GPT, meiner Erfahrung nach wahnsinnig gut und auf den Punkt. Und Marktanalysen zu machen, die man dann durchaus hinterfragen muss und daraus bestimmte Profile im ersten Schritt mal zu erstellen, das kann ich mir gut vorstellen. Chat-GPT zu fragen, nenne mir fünf Quellen, wo ich aktuelle Statistiken finden kann oder solche Dinge. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann in dem Moment, wo man diese Persona identifiziert hat, eben auch Chat-GPT oder eine andere generative KI zu bitten, eine personalisierte Ansprache für eine Erst-E-Mail zu formulieren für genau diese Persona. Solche Anwendungsfälle halte ich für wahnsinnig relevant und toll. Und auch alles, wenn es um die Verarbeitung von standardisierten und genormten Daten geht, wo heute Menschen sehr, sehr viel Handarbeit investieren, weil das sehr leicht trainierbar ist und auch für eine vergleichsweise dumme KI, die wenig Kontext kennen muss, gut zu machen ist. Also ich habe eine Excel-Tabelle, die ist unstrukturiert. Kannst du die in eine Tabelle überführen, die das, das und das kann? Solche Aufgaben werden gerade in Industrien wie Eura sehr, sehr schnell von solchen Technologien übernommen werden. Als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wie digitale Zukunft für einen Laden aussehen kann, soll nicht despektierlich sein gegenüber meiner Firma, aber für ein Geschäft, das sich eben mit Schulden beschäftigt. Da sprang relativ schnell so ein Bild in meinem Kopf hoch, wie jemand, der etwas einkaufen will in einem Online-Shop, in dem Moment, wo er den Warenkorb oder sie den Warenkorb bedient, so gewissermaßen Engelchen und Teufelchen auf die Schmutter bekommt. Er sagt, na, bist du sicher, dass du das wirklich tun willst? Ja. Ich habe mal gerade in deinen Kontostand geguckt, der sagt, nein, lass es. Und das Engelchen sagt halt, du hast dir schon, oder Teufel, wie auch immer, du hast dir schon so lange nichts mehr gegönnt, jetzt ist aber mal was fällig. Ja. Ist so eine Art Interaktion, gewissermaßen ja ungewollter Interaktion, ist das denkbar auf Basis technologischer Entwicklung? Absolut. Absolut denkbar. Und in dem Moment, also wir hatten ja auch gestern eine Umfrage gesehen, was würden Menschen sich wünschen, die besser mit ihrem Geld umgehen wollen, weil das ja für viele auch ein Problemfeld darstellt. Dann wünschen sich ja viele explizit digitale Berater, die auch ständig zu ihrer Seite stehen. Was ich dann aber kritisch zurückfragen müsste in eine Branche wie eure wäre, habt ihr überhaupt ein Interesse daran, dass eure Konsumenten eben so bewusst agieren, weil ihr müsstet in dem Moment ja euer gesamtes Geschäftsmodell umschmeißen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube tatsächlich sogar, dass es sich mehr an unsere Kunden richtet als an uns selbst. Ja, das ist natürlich spannend. Weil zum Schuldenmachen natürlich noch ein paar andere Komponenten gehören. Ja. Aber ja, sicher ist das buy now, pay later. Die Warenkörbe, ich glaube, um 30 Prozent gesteigert hat. Dass man das nicht so ohne weiteres aufgeben mag, ist verständlich aus der Sicht. Ja, absolut, ja. Auf der anderen Seite, wenn du mehr sogenannte Defaults, also komplette Zahlungsausfälle produzierst, hat auch keiner was davon. Ja, absolut, ja. Ich finde jedenfalls die Perspektive darauf sehr spannend. Bin tatsächlich ein sehr neugieriger Mensch und bin daher sehr gespannt, ob es jetzt KI oder welche andere Entwicklung sonst da noch so auf uns bringen mag. Ja. Bis hierher, lieben Dank. Sehr gerne. Ich würde das Gespräch wahnsinnig gern fortsetzen, wenn wir unseren nächsten Schritt gemacht haben. Ja. Und ich glaube, da gibt es viele interessante Themen. Ja. Ganz lieben Dank, Katharina. Ich danke dir. Ja.